Ja, tolle Sache. Mein Gast heute ist immer in Action. Das braucht sie für ihr Wohlbefinden und dass ihr das gut tut, das sieht man hier an. Schauspielerin Waltraud Haas ist hier auf dem roten Sofa. Herzlich willkommen. Guten Abend. Frau Haas, ich weiß es noch, als wäre es heute gewesen. Vor zehn Jahren waren Sie schon mal hier bei mir auf dem roten Sofa und da haben Sie Marika Röck perfekt imitiert. Sie haben gesungen. Können Sie diesen Akzent immer noch? Ja, ich war sehr befreundet mit ihr. Dadurch ist mir das eigentlich im Kopf gewesen und ihr habt gesagt, ich soll so ein bisschen nachmachen. Es muss irgendein Jubiläum von ihr gewesen sein. Und ich habe mich auf eine kleine Treppe gestellt und habe angefangen, ich brauche keine Millionen, mir fehlt kein Pfennig zum Glück. Ich brauche weiter nicht als nur Musik, Musik, Musik. Und das war so lustig. Und ich bin dann nach Hause gefahren, nach Wien, bekomme einen Anruf von ihrer Tochter, von der Gabi. Und sie hat gesagt, also eins muss ich dir sagen, mir hat fast der Schlag getroffen. Meine Mutter stand vor mir. Also ich wusste dann, war es in Ordnung. Herrlich, herrlich. Das geht schon gut los. Und jetzt können Sie sich erst mal freuen auf herrliche Szenen aus dem reichhaltigen Rollenrepertoire dieser legendären Schauspielerin. Judith Strunk hat aus dem Vollen geschöpft. Frau Haas, wenn Sie so im Schnelldurchlauf Ihr so bewegtes Leben mit all den Filmen, mit all dem, was Sie gemacht haben, all den Theaterrollen, wenn Sie das sehen, kommen da Emotionen hoch? Ja, aber ich glaube es eigentlich nicht. Ich weiß gar nicht, wann ist das alles passiert. Frau Haas, entschuldigen Sie, ich höre gerade was auf dem Ohr. Bevor wir weiterreden, ich bekomme gerade gesagt, in diesem Moment, in diesen Minuten tut sich ganz Erstaunliches in Berlin. Und das hat jetzt absolute Priorität. Wir schalten live in die Pressekonferenz des Zentralkomitees der SED. Ja, dieser Zeitsprung hat Sie jetzt wahrscheinlich irritiert. Aber es war wirklich genau 18.53 Uhr, als Günter Schabowski heute vor 25 Jahren diese Sätze verkündet hat und damit den Fall der Mauer einleitete. Eine gute Stunde später war die historische Pressekonferenz auch Aufmacher in den Nachrichten in Ost- und Westdeutschland. Waltraud Haas ist mein Gast. Frau Haas, an den Mauerfall, da können sich ja viele von uns erinnern. Aber Sie gehören zu der Generation, die sich noch an den Mauerbau genau erinnern kann. Ja, weil ich zufälligerweise damals einen Film gedreht habe in Berlin. Und zwar, der hieß Jede Nacht in einem anderen Bett. Und einer meiner Partner war Harald Junke. Und plötzlich, wir saßen zusammen in einer Drehpause, springt er auf und sagt, hast du das gehört? Es wird gerne eine Mauer gebaut, eine Mauer. Ich muss sofort schauen, was da los ist. Es sollen angeblich die Panzer sollen auffahren und meine Frau ist dort und mein Kind. Gott, wie dramatisch. Ja, ja, er war ganz aufgeregt. Er ist dann weggelaufen und ist, ich meine, er ist dann wieder gekommen. Aber man hat ihn beruhigt, das war nicht so arg. Aber er hat das alles so dramatisch gesehen. Die Sibyl Werden war, die Tänzerin, war seine Frau damals. Kam Ihnen das denn auch gespenstisch vor, dass da plötzlich so eine Mauer entstanden? Ja, wir waren fassungslos. Wir haben gesagt, was soll das? Was ist das? Sie haben ja den Krieg auch ganz bewusst erlebt. Was sind so herausragende Erinnerungen an die Kriegszeit und an die erste Zeit nach dem Krieg? Ja, dass ich meinen ersten Film damals gedreht habe, das Mariando, mit dem ich ja eigentlich groß geworden bin. Und dass damals die Russen da waren in der Wachau. Und sie haben uns nichts gemacht. Man hat sie auch nicht gesehen. Aber sie haben aufgepasst. Wenn einer etwas Negatives sagt, war er schon geschnappt. Und da war einmal, ich weiß nicht, ob ich so viel Zeit habe, das zu erzählen. Doch, erzähl dich. Aber es war sehr aufregend. Ich musste damals mit Maria Andergast, die war meine Mutter in dem Film, in einem Hotel im Zimmer schlafen, aus Sicherheitsgründen. Und Paul Hörbiger, der immer ein bisschen viel getrunken hat, der hat ein Lied gesungen am Abend. Und der Schluss war, unter Krampus, unter Niccolo sind zusammen nach Russland gegangen, sind bis heute noch nicht da. Und die Leute haben alle furchtbar gelacht. Die Russen haben gesagt, Russland, Lachen, die lachen uns aus. Und in der Nacht ging es los. Ich habe zusammen mit ihr in einem Bett geschlafen. Und plötzlich klopft es ein österreichischer Polizist und ein Russe. Machen Sie bitte sofort auf. Leider sagte die Frau Andergast, das ist doch eine Schweinerei. Und das Wort Schwein verstand der Russe. Aufmachen, sofort. Sie haben sie verhaftet. Ach du, meine Güte. Und ich habe nicht gewusst, was ich machen soll. Und ich bin zum Fenster und habe sie gesehen in einem Jeep sitzen. Und mit solchen Lammstablampen wurde sie beleuchtet. Sie soll doch zugeben, dass sie gesagt hat, Schweinerei. Schweinerei, die Russen sind Schweine. Nein, nein, nein. Plötzlich fällt mir ein. Unser Produzent hat einen Schrieb von der Kommandantura, dass wir Artista sind, unter ihrem Schutz stehen. Den Brief wollte ich haben. Jetzt bin ich heimlich runtergeschlichen, habe mich im Schatten an der Mauer entlang geschlichen. Der hat im Nachbarhotel gewohnt. Im letzten Moment habe ich diesen Brief gehabt. Der Jeep fuhr schon raus und ich. Und er sagt, es wird ein Nachspiel haben. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut, die schmür sind. Sie haben sie dann freigelassen, haben gesagt, es wird ein Nachspiel haben. Ist aber nichts passiert dann mehr. Aber ich weiß nicht, was passiert hätte werden können, wenn man sie erwischt hätte. Ich hätte ihr nicht geholfen. Möglicherweise haben sie ihr Leben gerettet. Vielleicht, ja. Das sind Geschichten. Das war eigentlich meine schlimmste Ruh. Aber man hat sie ja nicht gesehen. Sie haben uns in Ruhe arbeiten lassen. Frau Haas, waren Sie schon mal an der Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern, Kühlungsborn, haben Sie da mal, kennen Sie nicht? Sollten Sie mal hinfahren. Kühlungsborn ist ja auch in Mecklenburg-Vorpommern, war ja auch schon zu DDR-Zeiten ein sehr beliebtes Touristenziel. Für manch einen war aber der Strand von Kühlungsborn auch ein schicksalhafter Ort. 38 Menschen haben nämlich versucht, von dort aus in den Westen zu fliehen. Und nur 15 von ihnen ist die Flucht über die Ostsee gelungen. Zum 25. Jahrestag der Wiedervereinigung hat Andreas Moll frühere Flüchtlinge und einen früheren Grenzsoldaten am Originalschauplatz getroffen. Das sind Bilder. Waltraud Haas, Sie sind, eigentlich haben Sie ja keine Zeit, habe ich am Anfang schon gesagt, denn Sie sind ja schon wieder im Stress, weil am 27. November ist Premiere der Fußballkönig in Bad Godesberg. Wie weit sind Sie denn mit dem Text lernen? Bitte erinnern Sie mich nicht daran. Wenn ich jetzt wüsste im Moment, wie hieß der erste Satz im dritten Akt. Keine Ahnung. Aber wenn Sie dann da stehen auf der Bühne, dann kommt es wieder. Wenn ich dann stehe und die Kollegen sind 13, die helfen mir alle. Vor allem mein Kollege, der ja den Heinz Erhard spielt. Sie müssen kurz erzählen, worum geht es denn? Was ist das für ein Stück, der Fußballkönig? Naja, das ist eigentlich nach einem Film. Der Film hat aber anders geheißen. Da weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie der geheißen hat. Oder der Willi wird es schon schaffen oder sowas ähnlich. Ein Heinz Erhard viel. Und nach dem ist er gemacht. Und der Schauspieler Thorsten Hamer, der spielt den Willi Winzig. Willi Winzig, genau. Und der ist so köstlich. Also wir lachen den ganzen ab. Es ist wirklich großartig. Und Sie sind die Schwester? Sie spielen die Schwester von Willi Winzig? Und er ist ein Fußballverein, aber soll nun 50.000 Euro bezahlen, weil aus dem Fußballplatz soll eine Abstelle für Autos gemacht werden. Und das Miller nicht und so weiter. Und da erinnert er sich, dass er eine Tante hat in Amerika oder eine Schwester. Und die hat ihm versprochen, wenn seine Tochter heiratet, dann bekommt sie das Geld. Und da organisiert er, die will gar nicht heiraten, da organisiert er ungeheure Dinge. Und er hat plötzlich die Tochter erklärt, ich komme aber und bringe das Geld persönlich. Und jetzt geht der Wirbel los, natürlich. Klingt sehr lustig. Und ich meine, Sie können das ja, für Sie muss das ja besonders als Erlebnis sein, weil Sie ja den echten Heinz Erhard kannten. Sie haben ja sogar zusammen gedreht. Ich habe mit ihm einen Film gedreht, ja. Und zwar hieß der immer die Radfahrer. Und da war auch der Kuli dabei. Und beide waren ausgezeichnete Komödianten. Und wer von beiden hat sich in Sie verliebt? Irgendeiner hat sich doch immer in Sie verliebt bei den Dreharbeiten, oder? Was wissen Sie alles für Sachen? Man hört so einiges. Bei diesem ist weder der Kuli noch der Heinz Erhard. Aber apropos Liebe, es gibt ja eine DVD und eine CD ganz neu von Ihnen auf dem Markt. Ein Duett mit einem sehr bekannten jungen Sänger. Rudi Giovannini. Rudi Giovannini heißt er, genau. Man nennt ihn auch den Caruso der Berge. Wie kam es denn dazu? Dieses Glücksgefühl heißt das Lied? Ja, mein Manager Thorsten Kronenberg hat also erklärt, ich erfinde, dass der ein wirklich guter Sänger ist und der würde vielleicht zu dir passen. Aber es geht nicht um eine Liebesbeziehung. Es geht darum, eine ältere Frau und ein junger Mann. Also die stehen zueinander, er hilft ihr und bringt ihr wieder Freude am Leben. Das ist ein sehr, sehr schönes Thema. Und Sie sind auch ein sehr, sehr schönes Paar, wovon Sie sich jetzt überzeugen können. Dieses Glücksgefühl Unsere Herzen spielt Macht die Tage doch recht schön Wenn zwei sich sehen und gut verstehen Dieses Glücksgefühl Schenkt uns beiden viel Um gemeinsam hier auf Erden Unser Weg zu gehen Also ergänzt sich perfekt, oder? Die verstehen sich wahrscheinlich auch so hinter den Kultusen. Ja, nein, wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Und Sie haben mir gerade gesagt, das ist in der Wachau. Und in der Wachau sind Sie ja auch nächsten Sommer wieder auf der Bühne beim Wachauer Jedermann. Und da ist ein anderer junger Mann an Ihrer Seite, nämlich Ihr Sohn. Der führt Resi. Wie streng ist er denn mit Ihnen? Er führt nicht nur Regie, sondern er ist auch Intendant. Ja, und wie? Er ist sehr streng. Er ist streng? Ja, er passt auf alles ganz genau auf, aber es ist richtig so. Denn ich brauche schon manchmal eine Hand, nachdem ich keinen Mann mehr habe. Stimmt, da ist es gut, dass Ihr Sohn dann an Ihrer Seite ist. Überliegt mein Sohn. Das Regiment. Was ist Ihr Geheimnis? Wie machen Sie das so auszusehen? Ich habe das Gefühl, die sehen genauso aus wie vor zehn Jahren. Da hat sich nichts getan. Aber Sie auch? Na, ich finde nicht. Wenn ich mir Fotos von mir angucke, dann finde ich das nicht. Na, wir haben es gesehen vor zehn Jahren. Das ist ein Gesicht. Aber ich bin eine andere Generation. Ich meine, das ist wirklich eine Seltenheit, dass jemand in Ihrem Alter noch so fit ist. Ich glaube, es ist doch, weil ich etwas mache. Ich habe mein bestimmtes Tempo. Und zwar in der Früh stehe ich auf dem Halb sieben in der Früh. Und dann fange ich an zu turnen. Und ich turnen. Ich kann ja noch mit den Händen bis hinunterkommen. Nein, so spontan. Aber weil ich das jeden Tag mache. Und dann gehe ich eine halbe Stunde mit dem Hund spazieren. Bei jedem Wetter. Und dann erst wird es gefrühstückt. Und das ist mein Rhythmus. Ja, wahrscheinlich. Drum wache ich jetzt auch hier schon um halb sieben auf. Und das möchte ich gar nicht. Ich möchte weiter schlafen, aber es geht nicht. Offensichtlich. Ja, es ist aber offensichtlich eine gute Idee. Okay. So, in den Nachkriegsjahren, die Waltraud Haas erlebt hat, waren ja vor allem die Filme Straßenpfleger, bei denen sich alles um die Liebe drehte. So wie bei eben vielen Filmen, in denen Waltraud Haas mitgespielt hat. Elena Tairis hat die schönsten Schauspielpaare dieser Zeit mal rausgesucht und mal unter die Lupe genommen, was so ein Traumpaar von damals eigentlich ausmacht. Aus diesem Grunde haben wir uns auch auf den Wolfgangsee begeben. In einem feuerroten Tränenboot. Was würden Sie denn sagen, Frau Haas? Sie haben mit so vielen großen Schauspielern zusammengespielt. Was macht ein Filmtraumpaar aus? Was muss stimmen? Was muss passen? Was muss stimmen? Eigentlich, es hat nichts mit dem Filmpaar. Eigentlich auch wie bei privaten Paaren. Das muss stimmen, das Herz. Das heißt, das spürt man auch wahrscheinlich gleich. Mit dem kann ich das spielen und mit dem anderen geht es nicht. Wie war es mit Jopi? Wir kommen natürlich auf Peter Alexander im Einzelnen zu sprechen. Wie war es mit Jopi Haas? Mit ihm hatten Sie auch zu tun? Mit Jopi habe ich drei Filme auch gedreht. Ich war ja verliebt in den Jopi als junges Mädchen. Gott, ich stand vorm Hotel, wenn ich ihn nur einmal erblicken konnte. Ja, und dann kam plötzlich ein Anruf. Da war ich schon Schauspielerin, ganz Anfängerin. Ich kam herein ins Büro, klopfte, hörte plötzlich nur, herein. Da hieß das. Mir ist gleich das Herz in die Hose gefallen. Bin reingekommen und er sagt, ja, wir wollten Sie gern für eine Rolle in dem Film Tanz ins Glück. Und da war plötzlich saß da der Robert Stolz beim Klavier. Wir möchten gerne, dass Sie uns ein bisschen was vorsingen. Ich habe so zu zittern angefangen. Und plötzlich habe ich halt gesungen. Kuh, kuh, der Mond, schau uns nicht zu. Also war furchtbar. Und Hestas machte nur. Und er sagt, nein, nein, lass nur. Sie hat Angst vor dir, weil du so böse schaust. Lass nur, die kriegen wir schon hin, die Kleine. Und dann habe ich also die Rolle doch bekommen. Weil Robert Stolz mir geholfen. Das war ein entzückender Mann. Sie können so toll erzählen. Wie war das denn mit Peter Alexander? Die erste Begegnung, wissen Sie das noch? Sie waren ja wirklich das Traum war. Auf dem Theater. Auf dem Theater. Also wenn ich da anfange zu erzählen, da sind wir noch zehn Stunden unterwegs. Das kann ich nicht. Weil am Anfang war es gar nicht so sehr gut. Weil er hat ein bisschen angegeben am Anfang, wer er ist und so weiter. Das geht bei mir nicht. Bei mir ist Kameradschaft. Aber dann habe ich ihn dann schon mir geholt. Und wir haben eine wunderbare Szene aus dem Weißen Rössel. Nämlich diese Kussszene. Also das ist, da schmilzt man dahin. So süß. Ja, also da ist was passiert damals bei den Dreharbeiten. Er war eigentlich immer gehemmt. Vor allem, wenn seine Hilde im Studio war. Und die war immer im Studio. Und er war so steif. Irgendwie hat er gedacht, um Gottes Willen, die wird doch nicht glauben, dass ich mich in die Haas verliebt habe. Aber jedenfalls, es klappte nicht. Und da sagte der Regisseur Werner Jakobs damals, Peter, bitte mal, Hilde sei so lieb, geh im Moment nur hinaus, ja. Hilde ging. Und plötzlich hat er mich geschnappt und geküsst, wie wenn er schon tagelang drauf gewartet hätte. Das war so komisch. Also er hat vor ihr Angst gehabt. Er hat Angst gehabt, vielleicht, dass sie glaubte, er hätte sich in mich verliebt. Ja, ja, klar. Einversucht. So komisch war das damals. Ist da eine Lebensfreundschaft rausgeworden mit dem Peter Alexander? Ja, also er ist ja eigentlich eher ein Zurück. Ich habe mit ihm eine ganz, ganz, nicht mit ihm erlebt, aber bei seinem Begräbnis, was da war. Darf ich das noch erzählen? Ja, natürlich. Er hat gesagt, er will nichts. Er will keine Leute haben, er will nichts haben, er will überhaupt kein Begräbnis, hat er angekündigt. Und ich habe gesagt, nein, ich lasse mir das nicht nehmen, ich gehe hin. Und da waren Menschen, Massen. Und auch das Fernsehen war da. Und ich habe mir gedacht, nein, da gehe ich lieber wieder. Und plötzlich sieht mich ein Kameramann und macht plötzlich so. So hinten drauf kommen, dass ich mich nicht anstellen muss. Und ich komme hinein in die Aufbahrungshalle, das wunderschöne Bild von Peter, die Blumen. Und plötzlich kam das alles wieder. Mein Gott, wir haben doch schon so lange zusammen gespielt. Und jetzt bist du da in dem Sarg. Und ich war irgendwie so, so betroffen. Und plötzlich spüre ich zwei Arme. Ich war allein, war ganz allein in dem Raum. Zwei Arme, die sich um mich legen. Ich bin im Moment erstarrt und höre nur eine Stimme. Bleiben uns sie wenigstens noch lange erhalten. Ich drehe mich um, war eine ältere Dame, die schnell verschwunden ist. Also das war, ich kriege wirklich jetzt nicht. Aber da kriege ich aber auch eine Gänsehaut, Frau Haas. Ist das nicht merkwürdig? Ja, also das ist ja eine Geschichte. Da muss ich jetzt aber erst mal kurz schlucken. Ja, ich habe auch geschluckt. Ja. So, wir bleiben noch ein bisschen hier. Also ich könnte hier stundenlang mit Ihnen über den See fahren. Wir haben einfach gesagt, wir trampeln nicht, wir tun nur so. Jetzt haben wir erst mal zwei Extremsportler im Gegensatz zu uns für Sie. Jede Menge Hollywood-Prominenz und ein Bäuchlein. Ganz genau, das Bäuchlein. Die spielen jetzt die Hauptrollen bei Das Zapp mit Manfred Studer. Waltraud Haas, man hat Sie ja die österreichische Antwort auf Doris Day genannt. Und es heißt, Errol Flynn hätte Sie mitgenommen. Der hat Sie gewollt, aber Sie wollten nicht. Was war da los? Mitgenommen? Wie meinen Sie mitgenommen? Naja, der wollte Sie, der fand Sie toll als Vorspielerin. Der hätte alle, glaube ich. Er war ja auf jedes Frau, war der verrückt. Aber bei mir ging das nicht so ohne weiteres. Und dann plötzlich hat er erklärt, hat er mich vorgestellt bei einer Gruppe, the next Mrs. Flynn. Sag ich, Moment, halt. Das war dann schon the next Mrs. Flynn. Aber er war ein, ich muss sagen, ein ausgezeichneter Regisseur. Und er hat, er war der Erste am Team. Und er war der Erste auch, der sofort sein Coca-Cola bestellt hat. Allerdings war dann das Glas so, so viel Coca-Cola und so wenig, so viel Rum und so wenig Coca-Cola. Oha! Aber er hat, man hat nie gemerkt, dass er irgendein, ein bisschen schwibst hat. Er war ein ganz, ganz toller Schauspieler, muss ich sagen. Und es hat mir leid, dass er den Film nicht zu Ende drehen konnte. Ein toller Schauspieler war auch Ihr Mann. Wir haben ihn schon kurz erwähnt. Und es ist Ihnen ja sogar gelungen, in einem Film ihn zu überrumpeln. Und zwar als biedere Beamtin. Und das gucken wir uns jetzt mal. In dem Film haben wir geheiratet. Happy End am Wolfgangsee. Deswegen sind wir ja auch am Wolfgangsee. Wie war das mit Ihrem Mann zu spielen? War das besonders schön oder besonders schwierig? Wunderbar, weil er auch Regie gemacht hat, immer. Meistens. Nicht beim Film, aber wenn wir Theater gespielt haben, hat er immer inszeniert. Und Sie haben eine lange Wegstrecke miteinander verbracht? 45 Jahre waren wir verheiratet. Wie ist das dann für Sie gewesen? Ich meine, da muss man sehr viel Kraft aufbringen und sehr viel Energie, um zu sagen, ich mache weiter. Ich schaffe das, auch ohne meinen Mann. Ich glaube, wenn ich meinen Sohn nicht gehabt hätte, hätte ich nicht mehr leben wollen. Nicht mehr. Aber dann kam wieder ein Regisseur, der gesagt hat, du musst wieder auf die Bühne gehen. Glaub mir, wenn du auf der Bühne bist, dann lebst du auch wieder. Und so war es auch. Und dann habe ich gesagt, wie soll ich das? Sollte ein Stück spielen, das mein Mann inszenieren sollte. Und dann habe ich gesagt, das geht ja gar nicht. Mein Mann lebt ja nicht mehr. Dann wird es dein Sohn inszenieren. Und er hat es dann inszeniert, das, was eigentlich für ihn geplant war, für meinen Mann. Und seit der Zeit lebe ich wieder. Ja, das ist wahrscheinlich wirklich als Flamme auch wichtig für Sie, dass Sie wissen, ich werde gebraucht. Das Publikum, es ist so unbeschreiblich. Ich bin auch immer wieder gefragt worden, sagen Sie, was ist Ihnen lieber, der Film oder das Fernsehen oder Theater? Sag ich, für mich kommt nur Theater, weil ich den Film geliebt habe. Aber wenn ich auf der Bühne stehe, dann sehe ich die Reaktionen des Publikums. Wenn ich vor der Kamera stehe, schaue ich ein schwarzes Kastl. Das sehe ich nicht, ob ich gefalle oder nicht. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das so ist. Und wenn Sie Ihren Sohn sehen, wir haben das im Foto gesehen, er sieht Ihren Mann ja wahnsinnig ähnlich, dann sehen Sie Ihren Mann. Und er spricht auch so, er bewegt sich so wie er. Das ist für mich das größte Glück und mein Lebenselixier. Das glaube ich. Wo wir gerade beim Thema tolle Schauspieler sind. Er verkörpert ja wie kaum ein anderer den undurchschaubaren, tiefgründigen Deutschen, der Schauspieler Axel Milberg nämlich. Dabei hat er durchaus auch andere Seiten. Er hat den Schalk im Nacken, er ist voller Witz und Ironie. Um diesen Axel Milberg kennenzulernen, muss man Feingefühl haben und genau hinhören und hinsehen. Tom Ockers ist das gelungen. Er hat ihn bei Dreharbeiten, aber auch privat begleitet. Und das Ergebnis ist heute um 23.35 Uhr im Ersten zu sehen. In der Reihe Deutschland, deine Künstler. Hier schon mal ein Vorgeschmack für Sie. Na, hallo. Die Kieler Förde ist für Axel Milberg ein Heimspiel. Auch wenn er seit Jahrzehnten in München lebt, hier ist sein Zuhause. Auch filmisch, denn zweimal im Jahr ermittelt er als norddeutscher Kommissar Borowski im Tatort. Die spröde, coole Ermittlerrolle ist nur eine Seite des Schauspielers. Er kann auch ganz anders. So wie bei den Dreharbeiten zum neuen Dani-Levy-Film. Hier ist interessant, guck mal, plack. Da hat sie ihn richtig auf die Schnauze gelegt. Ja, und zwar ist richtig auf den Kopf gefallen. Und da war ich aber ehrgeizig. Und da wollte ich sozusagen dieser Rückschlag, dieses Getroffenwerden, so doll ist, dass ich dann aus dem Bild kippe. Axel Milberg spielt mit aller Leidenschaft. Grenzen kennt er nicht in seinem Beruf, egal wie schmerzhaft das für ihn ist. Alles heil? Ja, alles okay. Er ist erschrocken, aber dann keine Wehleidigkeit. Nee, da hat er weitergemacht. Da hat er gespürt, ist okay, mach ich weiter. Leichen säumten seinen Weg, machten ihn zum Star. Der Tatort hat ihn bekannt gemacht, doch sein Erfolg stammt aus seiner speziellen Mischung aus Intuition und Intelligenz. Intelligent ist gut, intellektuell ist scheiße. Milberg spielt zwar einen Tatort-Kommissar, in den meisten Spielfilmen steht er aber auf der anderen Seite. Als Vergewaltiger, Mörder oder auch Hexenmeister. Milberg liebt Kinder. Wenn ihnen Unrecht geschieht, leidet er selbst darunter. Das Böse beschäftigt ihn. Wenn ein Vater seinen Sohn im Spielzeugladen anschreit, fühlt er sich selbst angegriffen. Leg das da wieder ins Regal! Leg das zurück! Ich habe eine Abmachung! Ich gehe mit dir hier nur rein, wenn du nichts anfasst! Und dieses Kind, vollkommen schockiert, den Vater nur so anschaut und so weiter, wo ich mich frage, wieso geht ein Vater mit seinem Kind in ein Spielzeuggeschäft, wenn der nichts anfassen darf? Axel Milbergs jüngster Sohn August wird eine solche Situation mit seinem Vater wohl nicht erleben. Er bekommt eher zu viel als zu wenig. Er kann ihm nichts abschlagen. Das ist vollkommen irre. Er ist wie Wachs in den Auges Händen. Wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass dieser Mann im tiefsten Herzen bis heute selbst ein Kind geblieben ist. Ja, herrlich! Sehr gut, super! Ich mag ihn sehr auch als Kausch. Ja, haben Sie gerade schon gesagt. Sie sind auch Fan. Wie ist das eigentlich, wenn Sie mit jungen Schauspielern zusammenarbeiten? Da ist doch wahrscheinlich erstmal ganz großer Respekt, oder? Haben nicht viele erstmal Hemmungen, überhaupt mit der großen Waltraud Haas da Ihnen gegenüber zu treten? Ich zeige Ihnen keine große, Waltraud Haas. Ich bin von Anfang an Kameradin, Kollegin. Ich glaube nicht. Es hat noch bestimmt nie, vielleicht, vielleicht, ich weiß es nicht, aber ich habe immer sofort Kontakt gehabt mit allem Grund und bin auch froh, weil es arbeitet sich ja leichter, wenn man positiv denkt. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man mit Ihnen arbeitet, gibt es doch immer was zu lachen, oder? Sie erzählen doch wahrscheinlich auch am Tisch. Ich muss Ihnen allen Leuten Geschichten erzählen, denn ich habe ein langes Leben gehabt und habe dadurch auch sehr, sehr viel erlebt. Auch komische Geschichten natürlich. Ja, also das könnte hier noch stundenlang so weitergehen. Ich möchte meinen Zuschauern natürlich nicht vorenthalten, was sie morgen erwartet. Morgen freue ich mich nämlich auf eine andere Filmlegende. Frau Haas, Frage, wenn das jetzt vorbei ist, ist es in Bad Godesberg, dann ist das nächste Projekt ja in Wien. Gönnen Sie sich ein bisschen Pause oder geht das nahtlos ineinander über? Nein, da habe ich dann schon das nächste, in diesem Gloria-Theater, der Kollege, der mir geholfen hat, wieder auf die Bühne zu kommen, der hat gesagt, du musst wieder spielen. Der hat ein Stück entdeckt, der hat gesagt, das musst du spielen. Da werden die Proben beginnen im, also bis Februar spiele ich hier und im März beginnen die Proben dann wieder in Wien im Theater und dann im, dann beginnen ja die Proben wieder vom Jedermann. Von Jedermann, das heißt. Also es ist gar nahtlos, gehe ich immer. Immer so weiter. Bleiben Sie so fit. Gott sei Dank, vielleicht erhält mich das, ich sage nicht, jung. Aber nicht erst in zehn Jahren. Nächstes Mal nicht erst in zehn Jahren. Frau Haas, vielen Dank.